Hallo, ich heiße euch alle herzlich Willkommen zu unserer Veranstaltung. Links neben mir sitzt die Janine Wissler, sie ist Politikwissenschaftlerin, Abgeordnete des Hessischen Landtags und dort auch Fraktionsvorsitzende und auch stellvertretende Parteivorsitzende. Und rechts von mir sitzt Andreas Kemper, er ist Soziologe und hat viele Publikationen zum Thema AfD und Rechtsruck geschrieben, die vielleicht einige von euch auch kennen. In der letzten Woche, als sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat letzte Woche den geschmacklosen und die Gesellschaft spaltenden Wahlkampf in den USA beklagt, und als ich das so hörte, dachte ich mir, da sprechen die Fachleute. Weil wenn die CDU in Hessen eines kann, dann sind das geschmacklose und die Gesellschaft spaltende Wahlkämpfe. Wir erinnern uns an 1999, damals hat die hessische CDU eine große Kampagne gemacht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, sie haben Unterschriften gesammelt. Ich weiß das noch, weil ich an den Ständen daneben stand und Unterschriften dafür gesammelt habe. Und dann ab und zu sich der eine oder andere zu uns verlaufen hat, immer mit der Frage, kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Und das war genau die Stimmung, die die hessische CDU damals auch schüren wollte. Und 2008 haben sie es dann wiederholt mit Roland Koch und seiner Kampagne gegen die angeblich kriminellen Ausländer. Und warum sage ich das? Das sage ich, weil es kein Wunder ist, dass es die hessische CDU ist, die eine Keimzelle, ja ein Nest dieser AfD ist. Alexander Gauland, das hat Andreas schon genannt, war mal Chef der Staatskanzlei in Hessen und gerade ist auf die Bundestagswahlliste der AfD der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordneter Martin Hohmann gewählt worden, der ja eben wegen rechter Tendenzen, wegen Antisemitismus aus der CDU ausgeschlossen wurde. Und da kann man nur sagen, gerade in der hessischen CDU muss man sich verdammt viel erlauben, dass man deshalb wegen Rechtsabweichlertum ausgeschlossen wird. Also von daher glaube ich, dass wenn wir über die AfD reden, wir vor allem auch darüber reden müssen, wo kommt das eigentlich her und wie sind diese Stimmungen entstanden. Wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut, dann ist das ein Ausdruck von einer wachsenden Gefahr von rechts, die wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern das wurde ja eben bei den internationalen Vernetzungen auch angesprochen, auch natürlich jetzt in den USA, wo es eine unglaublich rassistische, homophobe Mobilisierung gegeben hat, aber auch in Frankreich, wo Marine Le Pen als Präsidentschaftskandidatin gute Chancen leider hat, Präsidentin zu werden in Österreich, in den Niederlanden. Ich glaube aber, dass man sehen muss, dass gerade in Deutschland die Wahlergebnisse der AfD Ausdruck sind, einer Rechtsverschiebung, dass das Problem aber noch ein bisschen tiefer liegt und das ist eben wirklich die Zunahme auch von rechter Gewalt. Dass wir einen massiven Anstieg von rechten Gewalttaten haben, von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünften, von Brandanschlägen, von Übergriffen. Und es ist noch nicht lange her, dass die NSU-Mordserie aufgeflogen ist, also beziehungsweise der NSU sich selbst enttarnt hat. Das ist jetzt ungefähr auf den Tag genau fünf Jahre her. Also von daher haben wir dort eine Mordserie damals erlebt, wo es über Jahre hinweg möglich war, dass Rechtsterroristen Menschen ermorden konnten, dass sie Anschläge begangen haben, ohne dass sie gestoppt worden sind. Und ich arbeite selber in Hessen auch im NSU-Untersuchungsausschuss mit, ich will da jetzt gar nicht so viel drüber erzählen. Aber ich glaube, dass diese Mordserie nicht als rechte Mordserie erkannt wurde, hängt mit einem Problem zusammen, was man Klabe nennen muss. Und das ist institutioneller Rassismus. Es ist institutioneller Rassismus, der eben bedeutet, dass Polizei, dass Staatsanwaltschaften nicht in die Richtung ermittelt haben, rechter Hintergrund, sondern dass gegen die Opfer selbst ermittelt wurde. Also es wurde gesagt, es ist eine Tat im sogenannten migrantischen Milieu, der Täter muss selber ein Migrant sein. Und das kann man wirklich richtig nachlesen, dass es zum Beispiel eine operative Fallanalyse gab der Polizei damals, die zu dem Schluss kam, dass in unserem Kulturkreis, im deutschen Kulturkreis, der Mord ja ein Tabu ist, und so tabuisiert ist, dass der Täter außerhalb des hiesigen Kulturkreises zu suchen sein muss. Also das hat man wirklich damals so verstriftlicht und immer in die Richtung ermittelt, dass die Migranten selber beschuldigt wurden, dass die Familien zum Teil über Jahre hinweg krasse Verdächtigungen ausgesetzt wurden, statt eben in die Richtung zu ermitteln, in die Richtung rechter Terror. Und ich finde gerade, wenn man sich auch in den letzten Wochen und Monaten anschaut, in den ganzen letzten Jahren, wo es ja laut BKA über 1000 Angriffe auf Flüchtlingsunterfünfte gegeben hat, in unterschiedlichen Formen. Also wenn man sich vorstellt, was wäre denn hier los, wenn das islamistische Anstehe gewesen wäre. Also ich glaube, es gäbe irgendwie jeden Abend den Brennpunkt dazu, es gäbe einen riesigen Aufschrei, aber ich glaube, dass ein Teil des Problems ist, dass Rechtsterrorismus, dass rechte Gewalt wirklich systematisch auch klein geredet wurde in den letzten Jahren. Dass überhaupt nicht, dass diese verfestigten Neonazi-Strukturen, die wir zum Teil in Deutschland haben, das einfach so getan wurde, als gäbe es die überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es NSO-Untersuchungsausschüsse in den Landtagen und im Bundestag gibt, sondern dass man diesmal den Versuch macht, aufzuklären, was dort wirklich passiert ist. Ich denke, dass wir insgesamt ein Klima haben, in dem eine rechte Partei in Deutschland, aber eben auch solche rechte Gewalt gedeihen kann. Finde ich, muss man natürlich auch die Frage stellen, woher kommt eigentlich diese Stimmung? Weil die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und ich finde, wenn man darüber redet, wie die Rechte stärker wird, dann muss man eben auch über die Menschen reden, die sich regelmäßig als Stichwortgeber für Rechtsaußen betätigen. Ich will daran erinnern, dass es Horst Seehofer war, der vor zwei Jahren gesagt hat, Zitat, wir werden die Einwanderung in unsere Sozialsysteme bekämpfen, bis zur letzten Patrone. Das sprach mich jetzt nicht ganz weit weg von Beatrix von Storch. Und ich glaube, es waren eben wirklich auch diese Seehofers, die Söders, die Sarrazin, die Scheuers und wie sie alle heißen, die in den letzten Jahren ja systematisch eine Stimmung geschürt haben, dass Menschen ja eben dann auch offen rassistische Parteien wählen. Die Stimmung gemacht haben gegen Muslime ganz besonders, aber auch gegen Flüchtlinge, gegen Migrantinnen und Migranten. Und deswegen glaube ich, wer über Rechtsaußen spricht, der darf über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Sondern den muss man auch benennen. Die Leute, die sich regelmäßig als Stichwortgeber für Rechtsaußen betätigen und die immer mit dem Argument zu glauben, man würde ja AfD und Pegida das Wasser abgraben, indem man ihre Parolen und Forderungen übernimmt, das ist grundfalsch. Im Gegenteil, wer die Forderungen und Parolen von AfD und Pegida übernimmt, der macht sie erst stark, der ermutigt sie geradezu und der schwächt sie nicht. Und ich finde, das haben die Wahlkämpfe in den letzten Jahren auch gezeigt. Wir erinnern uns an den Europawahlkampf 2014. Da hat die CSU einen Wahlkampf gemacht, der stand unter der Überschrift, wer betrübt, der fliegt. Das war die Überschrift des Wahlkampfs der CSU. Was war das Ergebnis? Die CSU hat 8% verloren, die AfD hat 8% gewonnen. Anfang dieses Jahres hat Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz Wahlkampf gemacht. Sie hat das Thema Flüchtlinge und Islamismus in den Vordergrund gestellt. Sie hat die ganze Zeit über Probleme geredet, die so überhaupt nicht existieren. Was war das Ergebnis? Am Ende hat die CDU verloren und die AfD hat stark gewonnen. In Sachsen-Anhalt das Gleiche. Und wenn man sich den letzten Sommer anschaut, da haben es die Unions-Innenpolitiker geschafft, den ganzen Sommer hinweg eine Debatte zu führen über die doppelte Staatsbürgerschaft und dass die mit Gefahren verbunden wäre, über das sogenannte Burka-Verbot. Sie haben den ganzen Sommer über die Themen der AfD groß gemacht. Und ich fand, da haben ja die Mecklenburg-Vorpommernischen Grünen ja mal was Richtiges gesagt. Die haben gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, also am Ostseestrand, eine Burka zu treffen, ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Buckelwahl. Also was natürlich heißt, dass das überhaupt nicht die Probleme sind, die Menschen haben. Aber man hat diesen Wahlkampf gemacht, in der Hoffnung, man könnte quasi so weit nach rechts rücken, dass man die AfD-Wähler darüber einsammelt. Und ich glaube, dass das schon das Problem ist. Weil indem man die Parolen und Forderungen von der AfD und von Pegida übernimmt, in dem Moment schafft man ja, beteiligt man sich daran, eine Stimmung zu schaffen, in der diese Parteien groß werden können, in dem ja ihre Themen, die relevanten sind. Und deswegen glaube ich, wir müssen schon deutlich machen, wer die Forderungen und die Parolen von Pegida und AfD übernimmt, der schwächt sie damit nicht, der gräbt ihnen nicht das Wasser ab, sondern der macht sie damit erst stark und schafft eine Stimmung, auf der solche Parteien dann eben auch aufbauen können. Und ich glaube, dass man das in besonderem Maße auch über die Bundesregierung sagen muss. Weil die Bundesregierung es geschafft hat, in den letzten Jahren, die Große Koalition, sie dafür verantwortlich ist, dass rechtspopulistische Forderungen ja in Gesetze gegossen wurden. Das heißt also, man hat das Asylrecht in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, ein, anderthalb Jahren, so verschärft, wie in den 20 Jahren zuvor nicht. Also indem man wirklich elementare Rechte beschnitten hat, indem man den Familiennachzug zum Beispiel ausgesetzt hat, man hat das Asylrecht in einer Art und Weise verschärft, dass es wirklich, man sagen muss, ja, es ist in Teilen wirklich, es ist abgeschafft, weil nach der Asylrechtsverschärfung 92, wo ja schon die Grundpfeiler eingerissen wurden, jetzt im letzten Jahr, ja, einfach grundlegende Dinge im Asylrecht anders geregelt wurden, eben zum Nachteil von Flüchtlingen. Und dass man das gemacht hat, war ja immer so mit der Argumentation, wir müssen doch diese besorgten Bürgerinnen und Bürger, wir müssen doch die Sorgen der Menschen, die müssen wir doch ernst nehmen, die Menschen, die da in Dresden auf die Straße gehen und fordern und Ängste haben, und das hätte doch alles seine Berechtigung. Ich finde das ja ganz interessant, dass wenn 10.000 Pegidisten auf die Straße gehen, man von berechtigten Sorgen redet und von besorgten Bürgern. Aber wenn über eine Viertelmillion Menschen gegen TTIP demonstrieren, dann macht das irgendwie nicht so richtig Eindruck auf diese Bundesregierung. Das sind offensichtlich Sorgen und Nöte, über die man einfach hinweggehen kann. Und ich finde, die Schwierigkeit ist natürlich, dass der Versuch gemacht wird, ja, hier mit Bezug auf diese vermeintlich besorgten Bürger, statt dem etwas entgegenzusetzen und deutlich zu machen, dass das ein offener Rassismus ist, deutlich zu machen, dass es natürlich nicht die Flüchtlinge sind, die die soziale Situation der Menschen verschlechtern, sondern man hat eben diesen Stimmungen auch nachgegeben und durch diese Gesetzesverschärfungen hat sich jemand wie Beatrix von Storch eben dann auch ins Fernsehen stellen können und sagen können, also wir haben es ja geschafft, als außerparlamentarische Opposition wirklich die Politik zu verändern. Und dann kann man sagen, ja, leider hat sie damit recht. Leider hat sie damit recht. Der AfD ist es gelungen, die Zusammenarbeit mit anderen, die Stimmung so nach rechts zu verschieben, dass eine solche Gesetzesänderung eben auch möglich war. Und deswegen finde ich das Wichtigste, wenn wir über Gegenstrategien reden und darüber, wie können wir denn AfD, wie können wir rechte Parteien stoppen. Und ich teile die Einschätzung von Andreas, dass ich glaube, dass die AfD einen totalen Radikalisierungsprozess durchmacht, dass sie einen faschistischen, auch einen neofaschistischen Flügel ausbildet, dass wir breite Bündnisse brauchen, dass wir natürlich Mobilisierung brauchen gegen Rechts, weil ich glaube, dass die Geschichte auch eins gelehrt hat, nämlich, dass man Rechten niemals die Straße überlassen darf und deswegen es notwendig ist, zu mobilisieren, wo auch immer Rechte auftreten, sich ihnen in den Weg zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie nicht marschieren dürfen. Aber ich glaube auch, dass wir natürlich auch darüber reden müssen, was der soziale Nährboden ist für rechte Parteien. Und jetzt ist ja richtig beschrieben worden, also diese verschiedenen Strömungen der AfD und ich glaube, es gibt auch sehr unterschiedliche Wählergruppen der AfD, also zum einen, sage ich mal, diese Ur-AfD, also die eher wohlstandschauvinistischen, großbürgerlichen Professoren, die eher auf einen totalen Marktradikalismus ausgerichtet sind, die eine totale Verachtung haben gegenüber vermeintlich Schwächeren, weniger Leistungsstarken, wie sie das nennen. Also das ist so ein bisschen diese AfD-Gründer-Generation. Aber auf der anderen Seite, und das sieht man ja auch gerade bei den Wahlen, beispielsweise in Thüringen, aber auch in Sachsen-Anhalt hat man es gesehen, dass eben wirklich gerade diese Leute um Höcke herum, die ja sehr viel offener noch rassistisch auftreten, als jemand wie Lucke oder Henkel das gemacht hat, dass sie eben auch versuchen, die soziale Frage für sich zu instrumentalisieren. Also dass sie den Versuch machen, Menschen gegeneinander auszuspielen und so das Bild vermitteln, dass es den Menschen, also dass die soziale Bedrohung, die es ja tatsächlich gibt, dass die eben nicht daher kommt, dass Sozialabbau betrieben wird, sondern dass diese soziale Bedrohung eben auch ausgelöst würde durch Migration und Flucht und durch die Zunahme der Flüchtlingszahlen. Und ich finde, dieses Gegeneinander ausspielen ist natürlich gefährlich. Und deswegen finde ich, dass es wichtig ist, deutlich zu machen, dass ja kein Hartz-IV-Bezieher auch nur einen Euro mehr hat, wenn weniger Flüchtlinge kommen. Und dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt, so beschissen sie ist, ja nicht deshalb schlecht ist, weil mehr Flüchtlinge kommen, sondern weil Bund und Länder den sozialen Wohnungsbau faktisch eingestellt haben. Das heißt, ich finde, man muss deutlich machen, wo die wirklichen Spaltungslinien in dieser Gesellschaft verlaufen. Und da würde ich sagen, die verlaufen zwischen oben und unten und denen, die verdammt viel haben und anderen, die überhaupt nichts haben. Und ich finde, auf diese Abstiegsängste, die Menschen haben, auf die muss man eine linke Antwort, eine solidarische, eine internationale Antwort geben und darf die eben nicht den Rechten überlassen. Und ich glaube, mit diesen Abstiegsängsten haben wir es schon sehr stark zu tun, weil Leute jetzt vielleicht, ja, Leute, die jetzt noch nicht selber total arm sind, aber die das Gefühl haben, sie sind von Präkarisierung betroffen, sie haben Angst vor der Zukunft, sie haben Angst vor sozialem Abstieg. Und ich glaube, dass man deren, ja, dass man da auf deren Sorgen eben eine linke Antwort geben muss. Und deswegen finde ich, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit und der Kampf gegen Rassismus untrennbar miteinander zusammenhängt. Also es gehört zusammen. Wer muss auf der einen Seite natürlich klarmachen, dieser ganzen rassistischen Ideologie, und das ist ja nicht nur, also auch die ganzen homophoben Argumenten. Wir hatten jetzt vor kurzem in Wiesbaden, gab es eine Demonstration gegen den neuen Sexualkunde-Lehrplan der Landesregierung, die gesagt hat, also es soll natürlich im Unterricht eben auch andere Familienbilder vermittelt werden als nur Mutter, Vater, Kind. Dagegen gab es eine Mobilisierung, wo, glaube ich, die Gruppen, die vorhin Andreas so beschrieben hat, irgendwie zusammenkamen dann in Wiesbaden. Also sowohl, ja, die Klerikalen, nenne ich sie mal, also diese, ja, christlichen Fundamentalisten, als auch AfD, aber eben auch wirklich offen faschistische Parteien und Organisationen, wie die NPD, die da auch mobilisiert hat, und die dann mobilisiert haben gegen diesen Lehrplan. Und ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen entsetzt war darüber, als ich danach den Fernsehbeitrag sah, was Leute bereit sind, so eine Kamera zu sagen. Also, dass Leute am Stammtisch und unter Freunden so reden. Aber dass wir heute eine Stimmung haben, dass man sich traut, so eine reaktionäre, beleidigende, homophobes Zeugs in Kameras zu sagen, das hat mich schon ein bisschen erschüttert. Und ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Stimmung, die es so für fünf Jahre vielleicht nicht gegeben hätte, wo Leute das zumindest im Kopf hatten, ja, aber zumindest so nicht offen gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es gelungen, dass diese Demonstration nämlich nicht laufen konnte. Es waren zwar nicht wenige, es waren schon 600, 700, aber die Gegendemonstranten waren dann doch fünf, sechsmal so viele, sodass es zumindest gelungen ist, dass sie nicht durch die Straßen laufen konnten, zumindest nicht so, wie sich das vorgestellt hatten. Und deshalb, um jetzt vielleicht zum Schluss zu kommen, damit wir auch ein bisschen mehr in die Diskussion noch kommen, Ich glaube, dass es trotz Trump, trotz AfD, trotz Le Pen, Nigel Farage, FPÖ, dass es keine Zeit ist für Fatalismus, sondern ich glaube, dass es schon auch möglich ist, durch breite Bündnisse, durch Gegenmobilisierungen, Rechte und Parteien eben auch zu stoppen. Und dass es keinen Automatismus gibt, dass sich eine verschärfende wirtschaftliche Krise automatisch immer nach rechts führen muss. Also es gibt ja zum Beispiel in Europa auch das Beispiel, in Spanien, wo es auch eine tiefe wirtschaftliche Krise gegeben hat, auch eine politische Krise, weil es ja auch die ganze Zeit gar keine Regierungsbildung mehr möglich war, aber davon haben keine rechten Parteien profitiert, sondern davon hat eine linke Partei profitiert, nämlich Podemos. Und deswegen glaube ich, die Frage, wie stark die Rechte sind, hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie stark die Linken sind. Und in dem Fall meine ich jetzt auch Linke nicht mit Großbuchstaben, sondern als breiter, also als die gesellschaftliche Linke. Und deswegen glaube ich, ist es unsere aller Aufgabe, ja, linke Antworten zu geben, aber eben auch rechten Mobilisierungen, linke Mobilisierungen entgegenzusetzen und vor allem den alltäglichen Rassismus auch zu bekämpfen und den Mund aufzumachen gegen alltäglichen Rassismus und das Schüren von Messer und Timos. Vielen Dank. Ist die AfD rechtsextremistisch? Ich werde ganz oft eingeladen, ich habe jetzt über 200, vielleicht 250 Vorträge gehalten zur AfD und die Frage ist immer, ist die AfD rechtsextremistisch? Also zuerst wurde gefragt, ist sie rechts? Das ist halt gegessen, natürlich ist sie rechts, aber wie weit rechts ist sie? Und mit dem Begriff Rechtsextremismus kann ich selber nicht so viel anfangen, weil ich eben denke, die ist natürlich rechts, aber der Begriff Extremismus, ja, wenn man von Rechtsextremismus spricht, dann muss man auch von Linksextremismus sprechen und in der Mitte ist man immer gut aufgehoben und das finde ich halt problematisch. Und ich finde es problematisch, dass sie dann zu vereinheitlich dargestellt wird. Die AfD hat verschiedene Strömungen und ein gemeinsames Merkmal und das gemeinsame Merkmal dieser Strömung ist, dass sie mehr Ungleichheit wollen. Und zwar gibt es einmal den Neoliberalismus, die neoliberale Strömung in der AfD, die sind noch radikaler als die FDP und die wollen mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich letztlich. Also die sagen halt, wir müssen die Steuern senken für die Reichen und wir müssen halt den Staat schlanker machen, wir brauchen einen schlanken Staat, weg von dem Wohlfahrtsstaat. Den wir angeblich haben, das sind halt neoliberale Strömungen. Also da geht es um mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Dann der christlich-fundamentalistische Flügel, den ich auch antisäkular nenne, im Sinne von, also wir haben eine Bewegung seit dem Mittelalter hin zu einem Säkularismus, wo halt eine Verweltlichung, und das wollen die rückgängig machen. Das sind dann Adelskreise, die da mitmachen, aber das sind auch ultrakatholische und evangelikale Kreise, und die wollen mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, beziehungsweise zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Das ist so diese zweite Strömung, Beatrix von Storch. Wobei Beatrix von Storch auch gleichzeitig eine neoliberale ist, also das geht auch ganz gut miteinander einher. Die dritte Strömung, wo ich dann ein bisschen mehr zu erzählen will, das ist die neue Rechte, beziehungsweise die faschistische Flügel in der AfD, das ist ein bekannter Name, Björn Höcke, und die wollen mehr Ungleichheit zwischen den Deutschen und Nicht-Deutschen, oder wie Höcke sagt, zwischen den Bio-Deutschen und den Nicht-Bio-Deutschen. Also nach Höcke leben ja in Deutschland 60 Millionen Deutsche, und nicht 80 Millionen Deutsche, weil 20 Millionen spricht da quasi auch das Deutschsein ab, weil die eben keine deutschen Vorfahren haben. Gut, und das einigende Moment ist eben die Ungleichheit, und als zweites dann natürlich das Gutmenschentum. Das sind solche Leute, die hier vor allem im Saal sitzen. Das sind die Feinde, und die Feinde bilden quasi auch eine Klammer, die die AfD zusammenhält. Wenn die AfD mal irgendwann in Regierungsbeantwortung kommen sollte, wie das immer so schon heißt, dann müssen sich entscheiden, welche der Strömung halt stark wird, aber solange das nicht passiert, können die einfach auch mit dieser gemeinsamen Klammer, des gemeinsamen Feindes ganz gut auskommen. Die AfD ist entstanden in einer Wirtschaftskrise. Das war anlassbar ein Streit zwischen zwei Unternehmensfraktionen, nämlich zwischen zwei Kapitalfraktionen. Wir haben auf der einen Seite den Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, da sind weit über 10.000 Unternehmen drin, und die haben in der Wirtschaftskrise damals gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass Griechenland nicht rausfliegt aus dem Euroverbund, dass sie drin bleiben. Das heißt, wir sind auch dafür, dass die von uns Kredite bekommen, auch die Banken waren da auch einer Meinung, Banken, Arbeitgeberverband, BDI, nur eben das Sozialsystem soll dann zerschlagen werden. Das war der Deal. Also drin bleiben im Euro, es werden dann Kredite gegeben, und das Sozialsystem wird zerschlagen. Es gab allerdings andere Unternehmensverbände, die Stiftung Familienunternehmen oder die Familienunternehmer, die gesagt haben, das ist nicht unsere Politik. Die haben dann auch versucht, die FDP auf ihre Seite zu ziehen. Das hat nicht geklappt, da gab es eine Mitgliederbefragung. Und die hatten dann das Problem, dass sie keine parlamentarische Vertretung mehr haben, in diesem Punkt, weil die wollten, dass Griechenland rausgeht aus dem Euro. Haben dann versucht, mit den Freien Wählern eine Alternativpartei aufzubauen, und das hat nicht geklappt. Da waren aber dann schon im September 2012 vier CDUler, die aus der CDU ausgetreten sind. Gerd Robann aus Mittelstandsvereinigung der CDU, Bernd Lucke, der hat vorher schon so 100 Professoren vereint, in so einer gemeinsamen Gruppe. Dazu gehört auch Alexander Dilger hier aus Münster, der im politikistisch-schafflichen Institut sitzt. Der gehört auch mit dazu. Und als dritte Fraktion innerhalb dieser Wahlenalternative 2013, wie sie sich damals nannten, waren das Leute aus dem Berliner Kreis der CDU, die Merkel weghaben wollten. Das waren Journalisten wie Konrad Adam oder der Herausgeber der amerikischen Allgemeinen aus Brandenburg, der Alexander Gauland. Die haben sich zusammengeschlossen, haben dann versucht, mit den Freien Wählern zusammen eine Partei aufzubauen. Das hat nicht geklappt. Und dann haben die im Januar 2013 die AfD gegründet. Gut. Das Grundsatzprogrammentwurf, Grundsatzprogramm, da werde ich nicht drauf eingehen, aus Zeitgründen. Ich werde das aber jetzt in diesen drei Strömungen einfließen lassen, auf die ich jetzt eingehe. Und ich werde mal anfangen mit den Neoliberalen. Die nennen sich selber auch Libertär. Das sind dann die, die sagen halt, wir wollen Minimalstaat, wir wollen halt Familien stärken, Familien sollen dann Aufgaben übernehmen, wie eigentlich der Staat hat. Und das sind dann Leute wie Alice Weidel. Das ist so ein Shootingstar innerhalb der AfD, die ist neoliberal, die lebt mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen, hat mit ihr zusammen ein Kind, also die lebt in einer lesbischen Beziehung, passt deswegen nicht so ganz in die AfD rein, aber weil sie eben neoliberal ist und da dann halt dieses Ungleichheitsmoment reinbringt, passt sie doch wieder ganz gut. Konrad Adam, den ich gerade schon erwähnt habe, einer der Gründer der AfD, oder Markus Pretzel. Das ist halt der Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen und auch ganz knapp als Spitzenkandidat jetzt gerade bestätigt worden für die NRW-Wahlen. Gut, fangen wir mal an mit Konrad Adam, der hat vor zehn Jahren so zwei Artikel geschrieben, die ganz symptomatisch sind für diese neoliberalen Vordenker. Das ist ein Artikel, warum soll ich für sie bezahlen, 2006? Da macht er eine Rechnung auf, dass 38 Millionen Erwerbstätigen und 20 Millionen Rentner, Pensionäre, 8 Millionen Behinderte oder 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüberstehen, Leute, die es als ihr Gott gewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Dazu ist er nicht mehr bereit. Warum soll ich für diese Leute bezahlen? Und er weiß auch schon, woran das liegt, dass wir dieses Ungleichgewicht haben, dass immer mehr Leute denken, sie können sich halt von anderen aushalten lassen. Und zwar ist es das Wahlrecht. Da hat dann im selben Jahr noch ein Artikel geschrieben, Wer soll wählen? Auch eine provokante Frage. Oder eigentlich eine Frage, die das, ja, halt die verfassungsfeindlich ist, weil wir haben eben ein allgemeines Wahlrecht, das ist auch nicht abzuerkennen. Wer halt das Wahlrecht aberkennen will, ist eben der Verfassungskampf, kämpft gegen die Verfassung. Und da gab es ein Vorläufer, und zwar beziehen sich halt diese Leute auf Friedrich August von Hayek, der hat in seinem Hauptwerk 1960 geschrieben, dass man so argumentieren kann, dass man den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht. Weil wenn diese Menschen, die Geld vom Staat erhalten, irgendwann die Mehrheit haben sollten, dann wäre das Problem, dass die sich immer mehr Geld vom Staat auszahlen könnten. Deswegen wäre es logisch, denen präventiv das Wahlrecht zu entziehen. Daraufhin hat dann einen lichtstarken Artikel geschrieben, in der Welt entzieht den Netto-Staatsempfänger das Wahlrecht, sodass sie sich entscheiden müssen, entweder Wahlrecht oder Geld vom Staat, weil das ist ein bisschen zu viel. Und auf diesen Artikel hat Konrad Adam reagiert und hat dann argumentiert, das kann ich jetzt nicht drauf eingehen aus Zeitgründen, könnt ihr selber nachlesen, einfach googeln. Dass es in der Geschichte immer so war, dass das Wahlrecht abhängt vom Besitz und das ist ja auch logisch, weil wer Besitz hat, weiß, was Verantwortung ist. Wer keinen Besitz hat, weiß ja gar nicht, was Verantwortung ist und wie soll er wählen dürfen. Also diesen Neoliberalen geht es nicht nur darum, dass eben die Vermögenden weniger Steuer zahlen und das Sozialsystem abgebaut wird, sondern die wollen eben auch die Demokratie ändern und sehen ein Riesenproblem darin, dass heute hier alle möglichen Leute mit wählen dürfen. Und ich hatte ja von Hayek gesprochen. Hayek ist der große Buhu dieser Neoliberalen und die Hayek-Gesellschaft hat sich parallel zur AfD, die sich im Sommer 2015 gespalten hat, ebenfalls gespalten. Und zwar war das anhand der Personalunion, solche Leute wie Hans-Olaf Henkel, die sind halt rausgegangen aus der AfD, in der sie transatlantisch orientierten Neoliberalen, die für TwiTik waren und für Russland-Sanktionen, die sind rausgegangen. Und Leute wie Beatrix von Storch sind da drin geblieben. Und auch bei der Hayek-Gesellschaft war das so, die Beatrix von Storch ist drin geblieben und Hans-Olaf Henkel ist rausgegangen. Das heißt aber auch, es sind nicht alle Neoliberalen rausgegangen, sondern die Neoliberalen sind immer noch ein wichtiger Teil innerhalb der AfD. Es sind nur diejenigen rausgegangen, die halt proamerikanisch waren. Wahrscheinlich sind jetzt auch wieder viele von diesen Leuten, die drin geblieben sind in der AfD, proamerikanisch, aber das hat dann eher mit Trump zu tun. Ich brauche mal ein bisschen Wasser. Ja, es gibt da dann noch so Gruppierungen wie die Libertäre Alternative. Da macht er Tritschler mit. Tritschler ist einer der beiden Chefs der Jungen Alternative. Wohnt in Köln, kommt also auch aus Nordrhein-Westfalen. Und er ist einer von diesen ganz Libertären. Die haben so ein 20-Punkte-Programm gemacht. Da fordern die drastische Steuersenkung, eine Reduzierung der Staatsquote, vollständige Privatisierung aller auch teilweise im Staatsbesitz befindliche Unternehmen, Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe, Abwicklung des staatlichen Rentensystems und auf lange Sicht den rein Minimalstaat. Und die sagen zum Beispiel auch, Grenzen auf für alle. Also Geflüchtete können ruhig nach Deutschland kommen, aber die kriegen dann nichts. Und wenn es dann Ärger gibt, dann wird eben das Waffenrecht liberalisiert. Also das ist halt ein bisschen anderes Denken als dieser völkische Flügel, aber die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Das ist jetzt sehr radikal, das steht jetzt nicht so drin im Parteiprogramm. Aber im Parteiprogramm haben wir zum Beispiel auch gefordert, dass wir einen schlanken Staat brauchen. Im Parteiprogramm steht auch drin, dass sie sich auf diese neoliberalen Vorderker beziehen. Und die wollen eben Abschaffung der Vermögensteuer, Abschaffung der Erbschaftssteuer, die sagen, dass es einen Wettkampf geben muss der verschiedenen Staaten untereinander um die geringsten Steuern. Und die wollen parallel zur Schuldenbremse, die wir haben, die ich schon für sehr problematisch halte, wollen nur noch eine Steuerbremse in der Verfassung einbringen, sodass halt, wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt, dass dann weder Schulden gemacht werden dürfen, noch dürfen halt dann Steuern erhöht werden, weil das verfassungsmäßig ja nicht mehr möglich ist. Das heißt, das muss dann halt gekürzt werden, gespart werden, wie es immer so schön heißt. Und das ist ja auch klar, wo dann gespart wird. Und da sind auch Forderungen drin, wie zum Beispiel, dass es verboten sein soll, eine Kommune, die dann pleite geht, irgendwie zu unterstützen. Also es soll ein Verbot geben, dass Länder und Staat, Kommunen, die pleite gehen, unterstützen dürfen. Was von diesen Leuten dann auch durchgebracht wurde im Parteiprogramm, ist, dass halt der Atomaustieg gestoppt wird, dass das erneuerbare Energiengesetz gestoppt wird und dass Schluss gemacht wird mit dieser Klimalüge. Das sind ja weitere von diesen Punkten. Alice Weidel ist halt die, ja, war die Chefin von der Programmkommission, sitzt auch im Vorstand der AfD und sie hat studiert bei einem Professor Oberänder aus Bayreuth. Der war in der Anfangsphase der AfD auch mit dabei und der hat sich mal stark gemacht für eine viel stärkere Privatisierung des Gesundheitswesens und ist inzwischen verstorben. Sie spielt jetzt also keine Rolle mehr in der AfD, aber er ist zum Beispiel bekannt geworden, durch eine Forderung des Arbeitslosen in Zeiten der Not erst mal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor sie dem Staat zur Last fallen. Das wird jetzt von Alice Weidel nicht gefordert, aber sie hat ihre Doktorarbeit bei dem Peter Oberänder geschrieben und hat dort ihre Doktorarbeit geschrieben zum Rentensystem in China und hat da entsprechende Vorschläge gemacht für die Chinesen, dass sie erst mal später in Rente gehen sollen, dass es mehr privatisiert wird und so weiter. Interessanterweise hat sich die AfD im Parteiprogramm überhaupt nicht geäußert zu Renten, außer dass Familien mit vielen Kindern sollen mehr Rente kriegen, aber sonst steht nichts drin im Parteiprogramm und auch Alice Weidel hält sich bedeckt. Ich glaube, das ist momentan noch unpopulär, was sie da halt vorhaben mit den Renten. Also bei Alice Weidel, als wenn sie etwas zu sagen haben sollte, in der AfD wird es halt mit den Renten auch sehr viel stärker Privatisierungen geben und viel später seinen Einstiegshalter. Gut, kommen wir jetzt zu den christlichen Fundamentalisten oder Fundamentalistinnen. Da gibt es zwei Gruppierungen, Pforzheimer Kreiskristen in der AfD, das sind Pforzheimer Kreiskristen in der AfD und das zweite ist Netzwerk Ziviler Koalition von Beatrix von Storch. Pforzheimer Kreis, die sind so stark in Stuttgarter Raum bei den pietistischen Gruppierungen, also der Piat.com, wo auch diese ganze Demo für alle und so weiter läuft. Dann sind die stark in Vogtland, in Vogtland diese Pfingstkirchengemeinden, die sehr homo-vog- bzw. schwulen-lesbenfeindlich sind, sympathisieren mit Pegida, sind hier die vollständige Abschaffung der Antidiskriminierungsgesetze, haben es in Stuttgart auch geschafft, dass sie die größte Abtreibungsklinik schließen muss, die haben keine neuen Räume gefunden für diese Abtreibungsklinik und einer von denen, die da mitschreiben, ist Rainer Rösel. Und Rainer Rösel ist einer von diesen Reichsbürgern. Der hat zusammen mit Marc Jong, dem Assistent von Peter Sloterdijk, das am weitestgehende Anti-Gender-Papier geschrieben, was in Stuttgart beim Landesparteitag der AfD ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme angenommen wurde. Beatrix von Storch ist eine geborene Herzogin, sie hat sehr viele Verwandte, die auch alles zum Hochadel gehören. Und sie hat eine Gruppierung gegründet, das war die Zivile Koalition, sie hat sie gegründet, nachdem sie vergeblich versucht hat, hat das die Großgrundbesitze aus der DDR, die damals verstaatlicht wurden, nach 1945, es gab damals ein Projekt, Junkerland in Bauernhand, das wollte sie wieder rückgängig machen, also Bauernland in Junkerhand, das hat nicht geklappt, und dann hat sie gesagt, wir haben keinen Rechtsstaat, wir müssen einen Rechtsstaat wiederherstellen, hat dafür dann die Zivile Koalition als Kampagnennetzwerk gegründet, wo dann ihre ganzen Verwandten drin sind, und versucht seither jetzt den Rechtsstaat wiederherzustellen. Und sie meinte damals, 2006 war das auch, dass dieser Verein quasi eine Basis ist, um dann 50.000, 100.000 Leute zusammenzukriegen und dann eine Partei zu gründen und dann den Rechtsstaat wiederherzustellen. Man sieht sie hier aber auch bei dem Marsch für das Leben 2014, das ist so ein Anti-Choice, also gegen Abtreibungsmarsch, und da läuft sie in der ersten Reihe, neben mir ist Herr Lohmann, das ist der Chef vom Dachverband, Lebensschutz, aus Münster kennen wir das ja auch, es sind ja auch immer diese Anti-Abtreibungsmärsche, Tausend-Kreuz-Märsche. Sie hat dann auch eine Reihe von Verwandten, mit denen sie außerhalb von Ziviler Koalition zusammenarbeitet, zum Beispiel Paul von Oldenburg, der ist konvertiert zum Katholizismus, gehört da zu einer Gruppierung, TFP, Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, sitzt auch in Brüssel, Beatrix von Storch sitzt ja auch in Brüssel, die ist gewählt worden ins Europäische Parlament, und die arbeiten dann zusammen, das sieht man bei Facebook, dass sie zusammenarbeiten. Diese TFP ist eigentlich sehr spindort, könnte man sagen, die wollen zurück ins katholische, in die katholische Rechie des Mittelalters, die sagen, wer Ungleichheit hasst, hasst Gott. Die hat jetzt noch gesagt, das Erdbeben in Italien ist halt eine Folge von Homosexualität, also in Italien haben die ja gerade diskutiert, dass eben ein Adoptionsrecht für Schwule und Lesben gelten soll, und das ist natürlich eine Folge, dann kommt natürlich ein Erdbeben, klar, und das ist sehr durchgeknallt, aber man sieht hier ein, ich weiß nicht, ob ihr das noch nicht lesen könnt, man sieht hier einen Facebook-Eintrag von Paul Oldenburg, wo er schreibt, das ist vor einem Monat gewesen, die TFP Polen war Federführung an dieser Initiative beteiligt, auf dem Weg zurück zu einer Kultur des Lebens. Und zwar war diese Initiative eine Petition, die eingebracht wurde in Polen, dass eben das sowieso schon sehr restriktive Abtreibungsrecht verschärft werden soll, dass Abtreibung nur noch dann erlaubt werden soll, wenn die Schwangere bei der Geburt ihr Leben verlieren könnte, das ist der einzige Fall, wo dann keine Knaststreife von fünf Jahren verhängt wird, wenn abgetrieben wird. Alle anderen sind dann verboten. Und auch fünf Jahre Knast gilt dann eben auch für die Menschen, die abtreiben. Das ist von der PES-Partei auch durchgewunken worden, in der ersten Lesung, dann gab es noch tausend Leute, die auf der Straße gegangen sind, vor allem Frauen natürlich, und dann haben die das zurückgezogen. Aber das zeigt eben, die sind sehr gut vernetzt, diese Gruppierung, TFP Polen und so weiter. Und auch wenn das völlig durchgeknallt klingt, sind die mächtig. Und ich meine, das sieht man ja auch in Trump, also durchgeknallt sein muss nicht unbedingt heißen, dass man da keine Macht hat. Hier sieht man dann bei Facebook, wie Beatrix von Storch und Paul von Oldenburg zusammenarbeiten. Also er sagt, Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist auf dem Weg in die Finsternis, weil die über Homosexualität diskutieren. Und sie pflichtet ihm dann bei. ZDK meets EKD, also Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ist auf dem Weg in die Finsternis, in die Hölle. Und da trifft es dann die evangelische Kirche Deutschlands. Toll. Das heißt, die bekämpfen beide die Kirchen. Beatrix von Storch bekämpft die evangelische Kirche Deutschlands und Paul von Oldenburg, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Angeheiratet ist auch Georg Habsburg. Jeroke Siener hat den geheiratet. Das wäre der Bruder vom Thronfolger von Österreich-Ungarn. Die wiederum, Habsburger arbeiten auch wieder darum zusammen, mit erz-konservativen Ultrakatholiten. Man sieht hier Otto Habsburg, meiner Privat-Audienz von Habsburg II. im Hintergrund. Zwei weitere Habsburger, die zu den Legionären Christi gehören. Auch eine ultrakatholische Gruppierung. In Mexiko sind die sehr stark. Da werden die auch Millionäre Christi genannt. Und Birgit Kelle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hängt mit denen zusammen. Oder auch die Heeremanns. Also einer der Chefs von den Legionären Christi ist der Sohn von dem Heeremann. Also nicht von dem Heeremann hier aus Münster. Die sind aber auch verwandt. Philipp von Preußen wäre der Kaiser von Deutschland. Ist auch ein Cousin von Beatrix von Storch, ein Monarchist und hat mit ihr zusammen ihrem Marsch für das Leben vorbereitet. Gut, müssen wir ihn ein bisschen abeilen. Familienschutz.de, Demo für alle. Demo für alle. Da hat Beatrix von Storch gesagt, das läuft alles über ihren Schreibtisch. Und tut jetzt aber so, als würde das gar nicht stimmen. Hat sie aber gesagt. Ist aber auch festgehalten worden per Video. Genau, im Europäischen Parlament ist sie aus der Fraktion der europäischen konservativen Reformisten rausgeflogen. Auch Markus Pretzell übrigens, der war auch in dieser Fraktion. Und zwar, weil die gesagt haben, dass an der Grenze auch Flüchtlinge geschossen werden soll. Sie hat gesagt, als sie nochmal nachgefragt wurde, hat sie gesagt, auch auf Mütter und Kinder. Ja. Hat sie sich verbessert und meinte, ja, auf Kinder nicht. Und das hat aber nicht gereicht. Sie ist dann rausgeflogen aus der ECR und die haben sich jetzt neu orientiert. Da werde ich aber gleich drauf eingehen. Jetzt nochmal zum Schluss auf völkischen Nationalismus. Jetzt die dritte Gruppierung werde ich eingehen. Völkischer Nationalismus, Faschismus. Da sind Alexander Gorland und Björn Höcke sehr wichtig. Björn Höcke steht für, gleich für ganz verschiedene rechte Strömungen. Einmal die neue Rechte, Institut für Staatspolitik. Das sind Leute, die sagen, wir sind keine Nazis, wir sind keine alten Rechten, wir sind die neuen Rechten. Die haben aber quasi die gleichen Vorläufer. Das ist die Weg-von-Weimar-Bewegung, eine antidemokratische, elitäre, maskulinistische, männlichkeitsorientierte Bewegung, die momentan wieder sehr stark ist, gerade auch mit Auftrieb der AfD. Mit denen hat er was zu tun, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Dann ist er Lehrer in Hessen, immer noch, er ist jetzt beurlaubt, er ist immer noch Geschichtslehrer in Hessen und hat in Hessen auch zu tun mit Leuten, aus der sogenannten Stahlhelm-Fraktion, in Nachfolge von Drega, also in Hessen war die CDU noch sehr weit rechts. Zum Beispiel einer Hofsamer ist ein Kumpel von Ihnen, der musste seinen Job als Lehrer niederlegen, weil er sich rassistisch geäußert hat. Alexander Gauland kommt aus Hessen, war da auch Minister. und Martin Hohmann ist aus der CDU rausgeflogen, weil er die Juden als Tätervolk bezeichnet hat und der kandidiert jetzt bei der AfD für die Bundestagswahl aus Hessen. Und mit denen hat er zusammen zu tun, da gibt es so einen Herkuleskreis, mit denen die gegründet haben. Dann hat er zu tun mit den rechten Wurschenschaften, auch die Wurschenschaften haben sich gespalten. Es gibt auf der einen Seite die Wurschenschaftler, die sagen, es reicht aus, wenn man männlich und deutsch ist, um Wurschenschaftler zu werden. Und dann gibt es da von rechts noch stärkere Wurschenschaftler, also noch weiter extreme Wurschenschaftler, die sagen, das reicht nicht aus, sondern man muss halt auch nachweisen, dass auch die Vorfahren deutsch gewesen sind. Also quasi, das wurde dann halt verhandelt unter dem ARIA-Nachweis. Und dieser ARIA-Nachweis, Wurschenschaften, die zusammengeschlossen sind, vor allem die deutsche Wurschenschaft, die arbeiten auch wiederum mit Höcke zusammen, zum Beispiel Torben Prager, Chef der Vereinigung Die Burschenschaft, arbeitet in der Fraktion in Thüringen zusammen mit Björn Höcke. Das sind dann Leute auch wie, wie heißen wir alle, Mandic, also Mandic, der gesagt hat, MPD und AfD, die unterscheiden sich nur vom bürgerlichen Publikum und nicht von den Inhalten. Oder der hat Obama als Quotenlegger bezeichnet oder hat jetzt auch gesagt, dass die AfD jetzt Abwehrmaßnahmen ergreifen muss gegen den Verfassungsschutz und dass geschaut werden muss, wie jetzt zusammengearbeitet wird mit der identitären Bewegung, dass eben keine Funktionäre aus der identitären Bewegung bei der AfD mitmachen und umgekehrt, also Abwehrmaßnahmen gegen den Verfassungsschutz. Oder ein anderer, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und das vierte dann, völkische Neonazi-Szene, auch damit hat Björn Höcke Kontakt, also es gab ja häufiger, gibt es Artikel, wo gesagt wird, wir dürfen halt die AfD nicht dämonisieren, wir dürfen nicht sagen, AfDler seien Faschisten oder ein Artikel war auch, man sollte jetzt nicht die AfD als Nazis bezeichnen. Das finde ich problematisch. Also das finde ich deswegen problematisch, weil die Journalisten, die das schreiben, die haben sich gar nicht genügend informiert über das, was Björn Höcke macht, welche Vergangenheit er hat und ich finde, es reicht, die Information, die wir jetzt haben, reicht nicht aus zu sagen, Höcke sei kein Nazi. Und was ich halt herausgefunden habe, geht in die andere Richtung. Also ich gehe davon aus, dass Höcke ein Nazi ist. Will ich aber gleich drauf eingehen. Gut, genau, in Zusammenarbeit mit Thorsten Heiß habe ich hier stehen, im Kontakt, den Björn Höcke hat, der ist auf jeden Fall gewesen, die wohnen in Nachbarorten. Thorsten Heiß ist einer der führenden Neonazis, man sieht ihn hier in Dortmund bei einer Demo, wo er direkt neben Robin Schniemann läuft, dem Brieffreund von Schäfe. Ich hatte jetzt auch andere Bilder noch bringen können, also Heiß ist halt einer der führenden Neonazis hier in Deutschland. Einer der gefährlichsten auch. Sein Name wird immer wieder im Zusammenhang mit NSU gebracht und hat ein verbotenes Rechtsruck, oder hat ein Rechtsruck-Label mit verbotenen Platten und Magazine, die halt verboten sind. Ja, was ist die Neue Rechte? Die Neue Rechte bezieht sich auf die konservative Revolution, die Weg-von-Weimar-Bewegung, das sind Leute wie Möller von den Ruck, Oswald Spengler und der Rente des Abendlandes, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, oder Edgar Julius Jung. Diese Bücher von denen, die werden auch als reprints, also ohne Kommentar, wirklich, das muss mit kopiert, wieder veröffentlicht. Edgar Julius Jung, Herrschaft der Minderwertigen ist ein Buch von dem, womit er die Namen der Republik meinte, auf die wird sich bezogen. Armin Mohler zum Beispiel ist da auch wichtig. Armin Mohler als einen Vordecker, der sich selber als Faschist bezeichnet hat. Er hat gesagt, er ist halt Faschist im Sinne halt einer bestimmten faschistischen Richtung. Und Björn Höcker hat jetzt vor kurzem noch in einem Artikel, der ihm zugestanden wurde, von der Thüringer Allgemein, wo er eine ganze Seite schreiben dürfte, zum Thema Konservatismus, hat er sich direkt auch auf Armin Mohler bezogen. Das entstanden ist die Neue Rechte als Institution 69 in Frankreich. Und es gab in Deutschland auch Diskussionen mit Benoit, der das Ganze ins Leben gerufen hat als Institution. Inzwischen ist die Neue Rechte gespalten in Deutschland. Es gibt auf der einen Seite eine realpolitisch orientierte Neue Rechte, die sagen, wir haben historisch gesehen einmalig die Chance jetzt rechts von CDU, CSU, eine neue Partei zu etablieren. Das dürfen wir nicht verschärzen, das müssen wir jetzt durchziehen und eben Kreide schlucken und so weiter. Keine Maximalforderung stellen. Das sind Leute wie Dieter Stein, der die rechtsextreme Zeitung Junge Freiheit herausbringt oder Karl-Heinz Weißmann von der Bibliothek des Konservatismus. Daneben gibt es aber die metapolitischen Neue Rechte, die quasi die reine Linie vertreten. Die wollen einen rechten Kulturkampf, die sagen, wir müssen die rechte Hegemonie erobern. Das ist das Ziel und Parteien sind da Mittel zum Zweck. Das sind Leute wie Götz Kubitschek, Erik Lehnerd oder auch Andreas Lichert, der sowohl im Vorstand sitzt vom Institut für Staatspolitik, von diesem Neurechteninstitut für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt, als auch im Vorstand der AfD in Hessen. Also die sind miteinander verbunden. Und im Manentheuresverlag kommen dann solche Bücher raus wie die Herrschaft der Minderwertigen. Und die sind zerstritten. Es ist halt ein bisschen ähnlich wie bei den Grünen in den 90er Jahren, auch da reales Fundamentalisten, aber nur auf dieser formalen Welt. Es geht natürlich inhaltlich um ganz andere Sachen. Gut, und Björn Höcke gehört eben zu dieser metapolitischen Neuenrechten. Björn Höcke sagt, die AfD ist eine fundamental-oppositionelle Bewegungspartei, die Partei der Bewegung. Das ist aber auch eine fundamental-opposition. Es kommt nur dann überhaupt eine Regierungsbeteiligung in Frage, wenn sich die anderen Parteien, die Altparteien, wenn die einen Reinigungsprozess durchgemacht haben und sich dann als Juniorpartner andienen wollen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Gut, ja, ja, Futter-Resolution, das ist halt der Flügel, das ist die Organisation von Björn Höcke, der Poggenburg macht da mit, Björn Höcke ist Landesvorsitzender in Thüringen, Poggenburg ist Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, Gauland hat das auch sofort unterschrieben. Man sieht hier ein Posting von der Flügel-Facebook-Darstellung in Presse um Björn Höcke und da sind dann zwei Zitate von einem Karl-Theodor Körner, der Sturm bricht auf, das Volk steht auf, der Sturm bricht los und ein anderes Zitat noch sitzt da oben, hier feigen Gestalten, von Feind wird zweit und Volke zum Spott, doch eins wird wieder Gerechtigkeit halten, dann richtet das Volk und das Gnade euch Gott. Körner-Experten sagen, das zweite Zitat ist überhaupt nicht von Körner, das steht nirgendwo, das wurde halt bei Wahrheit macht frei an der NPD-Veranstaltung 1991 erfunden, es wurde hier quasi untergejubelt und wenn die den so toll finden, also wenn die AfD den so toll findet, den Körner, dann müssen die ja wissen, was er schreibt, aber darum geht es gar nicht, es geht einfach darum, irgendjemanden irgendwas in den Mund legen zu können, damit man eben sagt, später wird abgerechnet mit euch. Das erste Zitat ist voll richtig, das Volk steht auf, der Sturm bricht los, das ist tatsächlich von Körner, allerdings ist auch das nicht unproblematisch, weil bei der Sportpalasträde hat Goebbels, nachdem er gefragt hat, wollte die den totalen Krieg und die ganze Menge gejubelt hat, ja, wir wollen den totalen Krieg, hat Goebbels gesagt, nun Volk steh auf und Sturm bricht los und Björn Höcke als Geschichtslehrer weiß das natürlich und der hat eine ganze Reihe, ich habe jetzt gerade einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, der hat mehr als ein Dutzend typischer NS-Rhetorik schon gebracht und das heißt, er nutzt jede Erfurter Demonstration dafür, einen weiteren NS-Begriff halt sprechbar zu machen. Ja, Björn Höcke und Thomas Tilschneider ist der Chef von der Patriotischen Plattform, auch eine Rechtevereinigung, Frohnmaier ist der andere Chef von der jungen Alternative, neben Tritschler, Benjamin Nollte, auch ein rechter Burschenschaftler, wird auch Bananen-Nollte genannt, weil er bei einem Treffen, bei einem Burschenschaftstreffen einen schwarzen Burschenschaftler eine Banane unter die Nase gehalten hat und von seinem Tisch wurden Affengeräusche nachgeahmt, das heißt, es sind ganz eklige Rassisten. Am AfD-Rand habe ich auch schon viel zu erzählt, Junge Freiheit, Institut für Staatsbürger, die Sezession, Kompakt ist nochmal wichtig, Kompakt-Magazin, das wird mitfinanziert von einem, es kommt von Jürgen Welser, ein ehemaliger Linker, der macht das, das wird mitfinanziert von einem Institut für Entwicklung und Demokratie aus Paris, das wiederum finanziert wird mit russischen Spendengeldern, die wollten vor kurzem noch eine Veranstaltung machen in Köln mit Björn Höcke, das hat nicht geklappt, weil die den Raum nicht bekriegt haben. Ein Prozent wäre noch wichtig, identitäre Bewegung, eine Jugendbewegung, in Anführungszeichen, kommt auch aus Frankreich, aktionsorientiert, die stürmen halt ja, linke Veranstaltungen machen quasi auch einen rechten Kulturkampf, aber aktionsorientiert. Götz Kubitschek, Chef des Instituts der Staatspolitik, also quasi der Vordenker von den ganzen Leuten, Kubitschek und Elsers haben zusammen mit Schlachtschneider herausgearbeitet, dass wir jetzt, dass § 20 Widerstandsrecht gilt, und wir Deutschen dürfen ja zwar Widerstand leisten, wir brauchen auf Gesetze gar keine Rücksicht mehr nehmen und haben auch geplant, einen deutschen Maidan, dass irgendein Platz besetzt wird in Deutschland und dann quasi das direkt zum Staatsstreich kommt. Es hat auch nicht geklappt und Elsässer hat daraufhin einen Brief geschrieben an die Bundeswehr, die sollen in der Bundeswehr in den Kasernen diskutieren, eigenständig Grenzbahnhöfe und Grenzen zu besetzen gegen die Invasion von der Volksverräterin Angela Merkel und Björn Höck hat das ähnlich gemacht beim Auftritt bei einer Erfurter Demonstration hat er einen Brief geschrieben, hat er eine Rede gehalten an die Bundespolizei, die Bundespolizei sollte sich klar machen, dass demnächst das Volk an der Macht ist und man weiß ja, die Großen lässt man laufen, die Kleinen kriegt man dran. Angela Merkel hat ihr Flugticket nach Paraguay schon längst in der Tasche und dann wird später abgerechnet, dann wird geschaut, wer von der Bundespolizei den Volksverrat begangen hat und deswegen soll die Bundespolizei jetzt schon nicht mit den Vorgesetzten folgen. Ja, sobald es halt Aufruf zur Meuterei, ich weiß nicht, ob das strafreist, ich bin kein Jurist, aber es ist auf jeden Fall grenzwertig. Die Frage ist, ist das Ganze faschistisch? Da habe ich, ich beziehe mich da auf Roger Griffin, der sagt, Faschismus liegt dann vor, wenn man von einem palingenetischen Ultranationalismus sprechen kann. Das ist halt ein Soziologe und deswegen muss der immer so vier Fremdwörter und zwei Begriffe unterbringen. Ist aber ganz einfach, Ultranationalismus heißt, wenn man sich auf ein Wesen auf das Volk bezieht, das Volk ist organisch gewachsen, vielleicht noch eine eigene Rasse und so weiter und das ist halt eine eigene Entität, ein eigenes Wesen. Das ist noch nicht faschistisch, das sind vielleicht rassistisch oder konservativ, aber wenn sich das dann vermischt mit einer Revolutionsvorstellung, mit Palingenese, einer Neuerweckung, Wiederauferstehung des Volkes, dann ist man sehr schnell bei faschistischer Ideologie. Und Beispiel wäre Deutschland erwachen. Das wäre so eine typisch palingenetisch-ultranationalistische Formulierung. Deutschland wird angesprochen als Wesen und es soll erwachen, es soll sich halt von der Dekadenz befreien, von der Neurotisierung, von ja, von Entartung. Genau. Also, faschistische Ideologie kennzeichnet sich dadurch, dass dann gesagt, dass ein Ist-Zustand beschrieben wird. Wir leben in einem Zustand des Verfalls, der Degenerierung, der Dekadenz, der Entartung und wir müssen durch ein tiefes Tal gehen, durch einen Tal der Tränen, durch ein Stahlgewitter und dann wird eben das Volk neu auferstehen, dann ist das Volk wieder geheilt, dann wird es ein tausendjähriges Volk geben, was ihn zu seiner eigentlichen Bestimmung findet. Das wäre eine faschistische Ideologie, das würde halt nach Roger Griffin würden, das wäre das das Kernelement faschistischer Ideologie und alles andere wie Volltrauer, Polizeistaat, Paramilitär und so weiter, das würde das Ganze nach sich ziehen. Wenn man halt anfängt, das Volk von entarteten Kräften zu befreien, dann ist man sehr schnell eben auch beim Polizeistaat. Und die Volksgemeinschaft steht ja über allen, die steht dann auch über den Menschenrechten. Genau. Gut, die Frage ist, ist Björn Höcke, macht Björn Höcke das auch? Beim Ultranationalismus sagt er, Deutschland ist ein organisch bewachsenes Volk, wir können deswegen auch nicht integrieren, wir können nur assimilieren, Assimilation heißt hundertprozentige Integration, wenn also von der Herkunftsskultur nichts mehr übrig ist, keine Essensgewohnheit, keine Musik, keine Literatur und so weiter, keine Religion, dann ist erfolgreich assimiliert. Das können wir in Einzelfällen machen, aber eben nicht mit so einer in Anführungszeichen Masseneinwanderung oder Invasion. Bei Palin Genese habe ich verschiedene Felder differenziert, es spricht von entarteter Volkswirtschaft und meint damit zweierlei, einerseits er meint damit, einerseits meint er damit, die Volkswirtschaft ist deswegen entartet, weil wir einen zinsbasierten Globalkapitalismus haben, wir müssen dann quasi protektionistisch, wir müssen da rausgehen, die Nazis haben von Zinsknechtschaft sprechen gebrochen, das macht er ähnlich und nach innen hin haben wir eine dekadente Anspruchshaltung, die wir uns auch nicht mehr leisten können, das muss auch aufhören, wir brauchen stattdessen einen Wertesitten und Normengefüge und das ganze Sozialsystem ist ausgeufert und das hat er schon gesagt vor der Flüchtlingsdiskussion, das war schon vorher und stattdessen brauchen wir eine organische Marktwirtschaft und auch da wieder eine Parallele zu den Nazis, die haben ihre Wirtschaft beschrieben als organische Wirtschaft, die halt organisch bewachsen ist, wo die Gewerkschaften nur ein Keil sind, der dann die Arbeiter der Faust und die Arbeiter der Stirn voneinander trennt, wir brauchen eine Arbeitsfront, das würden dann die Nazis sagen, aber auch organische Wirtschaft. Dann Politik ist auch alles entartet, wir haben eine entartete Politik, wenn er entartet ausspricht, ich kann Ihnen jetzt keinen Film zeigen, dann macht er das anders als Luca, denn der sagt wirklich sehr genüsslich entartet und verzieht dabei sein Gesicht. Das ist ein sehr zentraler Begriff von ihm, Entartung, die Politik ist deswegen entartet, weil wir falsche Politikertypen haben, wir brauchen halt neue Politikertypen, die nicht korrupt sind, sondern die mit ihrer aufrechten Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erwecken und das Volk dann zu einem neuen deutschen Reich führen. Er sagt auch, wir müssen mit dem Mythos des deutschen Reiches arbeiten und wichtig ist dann eben eine organische Demokratie und die organische Demokratie unterscheidet sich von unserer Demokratie dadurch, dass eben nicht Menschenrechte im Vordergrund stehen, Höcke spricht vom Menschenrechtsextremismus, sondern die Volksgemeinschaft. Die Volksgemeinschaft kann das dann nochmal erforderlich machen, dass man Menschenrechte nicht ganz so ernst nimmt. Dann Geschlechterpolitik, auch alles Dekadenz, er verspricht die perverse Geisteskrankheit, Gender Mainstream, aus den Schulen und Hochschulen zu vertreiben und hofft, dass auch andere ihm das nachtun werden. Entsprechend ist auch die identitäre Bewegung schon dabei, die sind Sprengart-Hochschul-Seminare, gehen halt in die Hochschule, gehen da mit mehreren Leuten rein und Sprengen in den Unterricht. Das passiert halt schon. Das Ganze denkt er aber in größeren Maßstäben. Er sagt halt, es geht um Reproduktion, Deutschland wird abgeschafft, Deutschland wird von Deutschland abschafft und abgeschafft. Und wir müssen halt sehen, es gibt halt verschiedene Reproduktionstypen. Es geht auch um die Reproduktion in Deutschland, es gibt verschiedene Reproduktionstypen. Es gibt den afrikanischen Ausbreitungstypen, der genetisch bedingt viele Kinder kriegt und sich aber genetisch bedingt, weil er eben nicht ganz so intelligent ist, sich nicht um die Kinder kümmern kann. Und es gibt den europäischen Platzhaltertypen, kriegt weniger Kinder, kümmert sich mehr um die Kinder. Das war eigentlich nie ein Problem. Aber jetzt ist es ein Problem, weil eben Deutschland neurotisiert wurde, 45 durch die Amis oder seit 68 nochmal mehr pervertiert wurde. Jetzt haben wir halt einen dekadenten Platzhaltertypen und es kommt der afrikanische Ausbreitungstyp und überrollt den dekadent gewordenen europäischen Platzhaltertypen. Und deswegen brauchen wir eine Drei-Kinder-Politik, deswegen dürfen wir auch Homo-I und sowas nicht erlauben, deswegen nicht, weil Heterosexualität und Homosexualität können wir nicht miteinander vergleichen, weil Homosexuellen geht es ja nur um Lust, während Heterosexualität ist ja halt Polarität der Geschlechter, die überhaupt jetzt die Hochkultur ermöglicht hat. Wir brauchen noch mehr Männlichkeit, um wieder wehrhaft zu werden und zurück zu natürlichen Geschlechterordnung. Drei Kinder pro Familie, also bei den Deutschen zumindest, oder nur bei den Deutschen. Bildungspolitik ist ja Lehrer, er weiß ja, dass das alles pervers geworden ist und da geht es dann darum, dass eben Tugenden wie Fleiß, also die preußischen Tugenden wieder hochgehalten werden, Fleiß, Gehorsam, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Inhaltlich geht es dann darum, dass die Kinder wieder eine Identität mit Deutschland erlernen und keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus wird da gefordert und er fordert eine positive Unterordnungsfähigkeit. Was eine negative Unterordnungsfähigkeit sein soll, hat er nicht formuliert. Gut, das heißt, das Ganze ist an sich faschistisch, das ist das Kernelemente des Faschismus, sind da komplett enthalten. Ich bin dann gestolpert über den Begriff organische Marktwirtschaft und habe da nochmal genauer geschaut, weil ich kannte den Begriff organische Wirtschaft von den Nazis und habe da festgestellt, dass der Begriff organische Marktwirtschaft nur von einem Menschen benutzt wurde und zwar NPD, von einem NPDler oder von einem, der in NPD-Eichsfeldstimme einen Artikel geschrieben hat mit dem Pseudonym Landaufladig und in diesem Artikel, wo der Begriff benutzt wurde, wird das Heimatdorf von Björn Höcke beschrieben, 200 bis 200 Einwohner Wohrenhagen und das Fahrhaus, wo er wohnt, das er damals gekauft hat, wird auch beschrieben. Ich habe dann weiter recherchiert und habe das in meinem Blog damals öffentlich gemacht und damals hat nach der alte Bundesvorstand unter Lucke und Henkel Björn Höcke aufgefordert, das juristisch zu klären. Der hat Höcke aufgefordert, mich anzuzeigen und halt im Prozess eine eidigstaatliche Versicherung abzugeben, dass an meinen Sachen nichts dran ist. Das hat er beides nicht gemacht. Und genau, ich bin da nicht angezeigt worden, es gab ein Amtsenthebungsverfahren gegen Björn Höcke, allerdings sind dann ja damals Lucke und Henkel rausgeworfen worden, aus der AfD und Pockenburg, sein Kumpel hat sich wählen lassen in den Vorstand der AfD und hat das Ganze dann beendet. Ich habe seither jede Menge weitere Überzufälligkeiten rausgefunden, es gibt noch weitere Begriffe, Zeitgründen kann ich da jetzt nicht drauf eingehen, die mich eben dazu veranlassen, davon auszugehen, dass Björn Höcke dieser Landau-Vladig ist, also dass Björn Höcke Thorsten Heise kennt, ist klar, Thorsten Heise gibt sowohl die Eichsfeldstimme heraus, als auch das neonazistische Blatt Volk in Bewegung, was immer wieder verboten wird, wo er in dieser Landau-Vladig zwei Weitartikel geschrieben hat. Genau, ich habe ein, könnt ihr downloaden, ist aber auf meiner Seite, könnt ihr es dann nachlesen. Das Problem ist, Landau-Vladig hat nicht nur einfach Artikel geschrieben im NPD-Blatt, sondern er hat da gesagt, Deutschland wurde zweimal überfallen, erster und zweiter Weltkrieg, weil nämlich die fremden Mächte neidisch waren auf den Fleiß und die Vormestimmtheit der Deutschen. Beim zweiten Weltkrieg kam noch hinzu, dass sich staatlicherseits im Nationalsozialismus die erste Antiglobalisierungsbewegung entwickelt hat und die war so prosperierend, die war so erfolgreich, das drohte halt, dass sie sich auf andere Länder ausdehnt, friedlich und deswegen mussten die fremden Mächte eben einen Präventivkrieg führen, um das halt zu stoppen. Die Blut von dieser NS-Wirtschaftspolitik ist aber heute noch da, also die Begeisterung dafür, wenn im nächsten das Erdbeer weg ist und die Revolution muss gehen, dann muss sich die nationale Bewegung an die Spitze setzen dieser Revolution und dann die NS-Wirtschaftspolitik auf rass- und jürgischem Grundlage wieder herzustellen. Und ich gehe davon aus, dass das Björn Höcke ist und warte immer noch auf meine Anzeige. Gut, das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Gut, auf die internationale Zusammenarbeit will ich nachher mit eingehen. Es gibt eine blaue Allianz zwischen FPÖ und AfD, die gibt es schon seit einem Jahr. Die tauschen Referenten aus, blaue Allianz. Und es gibt seit einem halben Jahr, seit nämlich Brezel in die Fraktion gegangen ist von der von Le Pen, von dem Front National in die ENF, in die europäische Fraktion ENF im Europaparlament, gibt es einen sogenannten pathologischen Frühling. Das heißt, die haben sich jetzt auch schon real getroffen. Podiumsdiskussionen mit Strache von der FPÖ an der Spitze, dann auf dem Podium, dann die Le Pen vom Front National, dann der, hier aus Nordrhein-Westfalen, der Brezel von der AfD, Liga Nord, Pflams und Belang, also die ganzen rechtsextremen Parteien saßen auf einem Podium und der AfD ist mittendrin. Das ist halt Patriarchap Frühling. Auch die Jugendorganisationen arbeiten zusammen, auch darin gab es jetzt ein Treffen in Frankreich mit den Jugendorganisationen dieser rechtlichen Gruppierung, Schweden-Demokraten waren dann auch dabei und auch natürlich die Junge Alternative, die auch wiederum zusammenarbeitet mit der jungen Garde von Putin. Das ist schon alles beängstigend, zumal ja am 4. Dezember sehr wahrscheinlich Hofer gewählt wird für die FPÖ, das heißt Österreich hat jetzt demnächst sehr wahrscheinlich einen Bundespräsidenten der FPÖ. Hinzu kommt jetzt nochmal die Zusammenarbeit mit Trump und zwar gibt es in den Vereinigten Staaten eine Bewegung, die ähnlich ist wie die neue Rechte, die nennt sich Alternative Right, sind auch extrem frauenfeindlich, rassistisch und so weiter, sehr ähnlich aufgestellt wie halt als ideologische Bewegung, auch die wollen rechten Kulturkampf. Der Breivik zum Beispiel aus Norwegen, der hat in seinem Manifest sich sehr stark bezogen auf diesen Alternative Right, der in Norwegen 70 Jugendliche erschossen hat. Alternative Right, er hat Magazin, das heißt Breitbart News und der Chef von Breitbart News war ab August dieses Jahres der Chef-Wahlkampfstratege von Trump, Stephen Bannon heißt der, er ist Stephen Bannon und Bannon ist jetzt der Chef-Stratege im Weißen Haus, ist der wichtigste oder zweitwichtigste Mann nach Trump jetzt im Weißen Haus und wie die neue Rechte aufgestellt und es gibt jetzt eine Expansion von Breitbart News nach Paris und nach Berlin und zwar, ich muss zum Schluss kommen, und zwar wollen die jetzt direkt den unterstützen im Wahlkampf und der Front National hat eben den Spruch die Franzosen zuerst und das passt natürlich auch gut zu dem amerikanischen Wahlspruch von Trump, American first. Le Pen und Bannon haben schon gesagt, dass sie hier zusammenarbeiten werden. Das ist die direkte Zusammenarbeit von Trump und Front National. Ganz zum Schluss noch eine, zwei Statistiken machen wir schnell, nämlich wir wählen die AfD, das sind ähnlich wie in allen anderen Ländern auch, ich versuche das mal größer zu machen, ganz noch die Schnelle jetzt, es sind, hier gibt es ein Parteienbindung, das ist jetzt nicht Sonntagsfrage, sondern es ist die Frage, wer wählt die AfD, wer sagt die AfD ist meine Partei, wer hat eine Parteienbindung an die AfD und da sieht man von 2014 auf 2016 ist es bei den Arbeiter und Arbeiterinnen explodiert von 2% auf 11% und bei Arbeitslosen sogar von 1% auf 15%. Wir haben ähnliche Zahlen auch aus den Vereinigten Staaten, wer wählt, wer Trump gewählt, das waren vor allen Dingen Menschen mit wenig Geld, mit geringen Bildungszertifikaten und weißen Männern, also das waren die, das ist so die Kerngruppen, das sind die industrialisierten und vergebenden Vereinigten Staaten. Bei Hofer, bei den letzten Wahlen, Hofer, Van der Bellen, haben 86% der ArbeiterInnen Hofer gewählt von der FPÖ. Und Hinweise möchte ich noch auf dieses Buch Rückkehr nach France von einem Franzosen, einem französischen Soziologen, der das ganze mit einer eigenen Biografie quasi auch beschreibt für Frankreich. Gut, damit bin ich jetzt durch und den Rest kommen wir in der Diskussion vielleicht noch. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus